hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ton of sale and ringed wir werden heute als konselliere unterwegs sein also mal gucken ob wir der mafia wichtige informationen geben können vor allem selbst nicht auffliegen weil wir da immer aufpassen müssen gerade mit spies und sheriffs was weiß ich alles und davon kann es ja durchaus mehrere geben wie wir in der letzten runde es gesehen haben in der folge gestern so wir haben noch ein janitor dazu mit your mom was mir so ganz gut gefällt weil your mom gar nicht mal so schlecht zu sein scheint investigator light one wir werden natürlich gucken ob es da ein spy oder so gibt und wen wollen wir denn als erstes mal untersuchen ich glaube ich würde auf electro cute gehen doch doch nicht jawohl mafiamämmer gleich gelieft macht spaß das macht spaß hier auf guildscory und natürlich den report gegen abigail hobbs unseren gott fahrer der haas weltklasse da hast du direkt wieder richtig lust weltklasse geschichten hier hoffentlich haben wir jetzt wenigstens einen guten kill gleich zu beginnen und ich wurde gewohr block ro block das ist jetzt sehr unschön weil unser target nicht gekillt worden ist ja also so 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 Und unser Gottfader wurde direkt noch gefunden. Weltklasse. Das Ding wird schnell rumsaunen. Es war eine Ridge und damit ist er auf jeden Fall durch. Ja, das sieht echt beschissen aus. Ja, jetzt wird der SK gelünscht und am nächsten Tag werden sie Arm lynchen. Das heißt, wir werden auch eh nicht loswerden. Den Dingenskirchen hier. Den Sheriff. Und mit einer Witch halt noch da. Ich hoffe, dass die Witch jetzt natürlich auf den... ...hin geht. Auf den... ...Sheriff geht und ihn damit ein bisschen abhält. Lookout ist unwahrscheinlich. Aber möglich. Und wenn die Witch ihn halt in Ruhe lässt, haben wir hier sowieso relativ wenig Chancen noch irgendwas zu reißen. Muss man auch mal so sehen. Entschuldige gerade, dass hinter mir... ...grad so ein Radau ist. Ja, ich meine selbst wenn er Bodyguard ist. Selbst wenn er Bodyguard ist, ich kann da gut verzichten, ihn am Leben zu haben. Jetzt hat Fenris gecounterclaimed. Jetzt müssen wir halt gucken, was wir machen. Ähm... Naja, post das nochmal. Lustig wäre, wenn jetzt hier was anderes drin gestanden hätte. Das wäre ganz cool gewesen, aber naja. Gut. Wir warten jetzt. Wir werden dann wieder Guilty. Also wie alle anderen auch Guilty werden. Not even close to SK ist halt auch Schwachsinn. Wir gilten hier. Im Notfall will ich ihn loswerden. Einfach nur ein bisschen... ...die Town auszudünnen. Und wenn wir jetzt hier den Bodyguard verlieren... ...könnte ich dann halt wirklich gut... ...danach versuchen den ähm... ...Sheriff zu killen. Die Frage ist halt, wie reißen wir das jetzt? Was... ...we... 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 ...to... ...do... ...ma... ...wir... ...kinder... ...fakt. Wow, er wäre echt Bodyguard. Das ist interessant. Fanrus klämt Echse. Mit seinem Easy gerade. Entschuldigt, dass jetzt hier... ...einfach alle wirklich... ...hinter uns hin und her laufen müssen. Also hinter mir gerade die... ...Laster vorbeifahren und alles. Es tut mir leid. Wenn ich wieder gewollblockt werde... ...ja, clean, random. Achte nicht drauf, was passiert. Cool. Ich habe einen Lookout gefunden. Ich habe irgendwie kein Glück. Ich habe echt kein Glück. Sterbe sehr schnell. Hier wurde ich gehasst. Wieder kein Mafia Kill. Das ist unschön. Sehr, sehr unschön. Gut. Ich kann euch aber dann... ...wieder darauf hinweisen. Es gibt immer noch im Kopf des Zuschauers. Ich habe ja letztens eine Runde von Kati bekommen. Und wenn ihr Runden für mich habt... ...einfach aufnehmen, mir zuschicken... ...und Spaß haben und zusehen, wie ich es kommentiere. ...Fenris goes up. Also wenn Fenris... ...Also wird er durch Arm gewollblockt, klar. Ey, Captain Manor mit so einem Gespam... ...gegt mir auch total auf den Sack. Kann das auch alles normal schreien. Muss nicht da einen Caps Lock rumtun. Also Fenris ist strange. Ja eben, you said easy. Da hat Captain Manor recht. Ich sehe da auch eher... ...Echse, aber... ...wahrscheinlich jetzt eine Witch? Keine Ahnung, was Fenris eigentlich ist. Captain Manor hat recht. Also hier ist Captain Manor wirklich gut, auch wenn er nervt. Es macht hier keinen Sinn, jetzt den Godfather zu wählen... ...wenn er dauerhaft gewollblockt werden kann. Sie haben ihn ja anscheinend gefunden. Doctor Claim. Ja, mit einem toten Bodyguard. Und ähm... ...mit dem Easy Claim. Das macht keinen Sinn. Ich dachte eigentlich, dass es ganz cool ist, dass wir den... ...den Bodyguard gelünscht haben. Aber wir wissen, es gibt noch einen Lookout. Leider kann ich es keinem mitteilen. Und ich wüsste auch gar nicht, wer der Lookout ist, weil die Hexe mich kontrolliert hat. Die Hexe wüsste jetzt, wenn ich mit ihr reden könnte, wer der Lookout... Entschuldigung, Lookout ist. Ich gehe in Not. Das ist strange. Warum jetzt auf einmal Fuse? Ich meine, ich habe gerade nicht aufgepasst, weil ich eh durch bin und ich kann nicht wiederbelebt werden. Das Spiel ist auch verloren, also jetzt mal ganz ehrlich. Das kann die Mafia nicht gewinnen. Sie kennen den Godfather. Gut, sie wissen nicht, was so in der Mafia ist. Das ist ein schlechter Move. Das ist echt ein dummer Move. Das ist ein selten dämlicher Move von Fuse, weil es wissen, eine Person weiß, dass es keinen Executioner oder Jester geben kann. Das war Carbon Matter. Also ist das jetzt ein Easy-Kill für Carbon Matter. Er wird auf jeden Fall guilty, weil er weiß, es kann kein Jester sein. Entweder haben wir hier die Hexe oder den SK. Okay. Das war jetzt Stranger Versuch von Fuse. Abend lief auch direkt. Hat keinen Bock mehr. Ja, jetzt müssen sie nur noch den letzten Mafia-Member finden und dann war es das schon. Das war eine sehr unschöne Runde. Das Ding ist halt, es gibt noch den Lookout, das heißt, selbst wenn jetzt, ich meine, wir haben natürlich den Godfather verloren und die Mama kann nichts machen als Janitor. Von daher ist das Ding eh durch. Aber ansonsten hätte die Hexe halt auch jetzt dann sich selbst damit killen können, wenn sie jetzt die Escort eben kontrolliert hätte, damit wir den Kill ziehen können. Gucken, ob es einen Vigilante gibt. Wenn ja, wird er jetzt die Vigilante erschießen. Ich kann auch vorstellen, dass die Mama inzwischen AFK gegangen ist. Dass sie sagt, wir haben ihr verloren. Keine Möglichkeit. Bills Curry, Dorothy, gut. Interessant. Veteran? Ne, Vigilante hat Bills Curry erschossen. Klimaan kontrolliert worden. Da hat die Hexe wohl den Vigilante gefunden. Weil anders macht das keinen Sinn. Und ein Veteran. Hier sieht es schon wieder ganz lustig aus, ehrlich gesagt. Weil der Vigilante wird sterben. Sie wissen aktuell nicht, wer der letzte Mafioso ist. Sie werden natürlich jetzt wahrscheinlich Fenris hängen. Das ist ein bisschen schade. Also hier noch einen Mafioso mehr am Leben. Wenn jetzt der Gottfather nicht gelieft hätte, wäre das echt ein cooler Moment gewesen. Wir hätten drei Votes gehabt, die ein bisschen für Verunsicherung sorgen. Weil das heißt ja, wir können Arm immer wieder Roadblocken. Also brauchen wir ihn nicht voten. Sondern wir suchen erst den letzten Mafia-Member. Fenris hätte dann jemanden kontrollieren können. Das hätte echt noch cool laufen können. Wenn der Leaf nicht gewesen wäre. Weil jetzt ist genau das der Fall, was ich sagte. Es wird jetzt die Witch kontrolliert. Karten gleich Jester. Das ist halt dumm von Thanos. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, dass die Umarm halt einfach weg ist. Ja, jetzt werden sie gleich Jumam rausfiltern. Ja. Na, das ist schon. Fenris sagt Get 14. Damit hatte ich gerade selbst das Spiel kaputt gemacht. Aber Fenris wusste nicht, dass das natürlich der letzte Mafia-Member ist. Das war eine unschöne Runde. Wird nicht klappen. Du hast noch nicht geklämt. Das ist dieser Move von Fenris ist strange. Das macht keinen Sinn, was Fenris hier gerade macht, ihn noch als Bösewicht hinzustellen. Ich meine, Hexe als... Als Hexe-Ranked ist sowieso beschissen. Das haben wir ja schon häufiger thematisiert. Oder ich habe schon häufiger thematisiert. Also keine Ahnung, was das für ein Move von Fenris hier am Ende war. Wird das Spiel schnell zu beenden oder so? Ich weiß es nicht. Ich bin natürlich noch jemand immer wieder zum Veteranen geschickt. Aber gewinnen kann er sowieso nicht mehr. Also eigentlich müsste hier instant das Spiel zu Ende sein. Es sind fünf Townies gegen eine Witch. Die Witch ist confirmed mit Fenris. Und ähm... Der Veteran hat maximal noch zwei Alerts. Das heißt, maximal zwei Leute könnten da reinrennen. Durch die Hexe. Und das passiert halt nicht. Es ist unmöglich, dass hier die Witch gewinnen kann. Das müsste eigentlich ein Instant Schluss sein. Aber lieber hauen die Developer noch ein neues Kartenspiel raus. Anstatt dass sie erstmal das hier alles so machen, dass es logisch ist. Aber naja... Mir soll schon zu kritisch sein, gell. Da haben wir den Vigilanti. und das ist ja gut. Ja... Oder den Veteran hängen. Das wäre ja andere Möglichkeit. Ist ja egal wen. Ist ja egal wen. Ist das jetzt auch jetzt auch Schluss. Aha, Instant. Sehr gut. Fenris ist... Sau seltsam. Und? Was? Fanlust war Doktor? Was für ein Bullshit spielt denn Fanlust da zusammen? Naja, ich hoffe auf jeden Fall ihr habt Spaß, habt ihr nächstes Mal dabei, dann noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen Leute.